interessant interessant tristram nein so komm bei fuß mitkommen ja skelette ja komm mit schuld ja ja der kackt kleine kinder aus ja hab ich doch gesagt so einen hatte ich gerade auch du so ein dicker noch ein dicker noch ein dicker hey was ist los muss ja immer durchlaufen das ist wichtig ich verstehe ja nicht warum ich eine lösung jetzt schon lang der weg war normal das ist normal aber das wird zu ende der weg also siehst du ja leute schon denn der weg ist das ziel zum weg genau zum nächsten richtig die die leute ich nix zu meiner aber schweiß beschwöre das ist ausnahmsweise mal richtig komm ich wieder ein paar geschenke für dich hab ich habe nur bullshit lass mich mal gucken bullshit 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 alles nur bullshit komm rein ins loch mit flüten gehen wir auch mit löchern aber es muss gestoppt werden richtig So wir mal eben dealen gehen nochmal, wir müssen scheiß loswerden Okay Ich hab gezaubert, ja? Ich hab aber nur relativ wenig zum dealen, ungefähr drei Items Ich hab mein ganzes Inventar voll Ja, ich looten kann, weil es das Zeug mehr, bin ich mir zu fein für Mhm Weil ich hab's ja Ja, ich noch nicht, deswegen muss ich das noch looten Siehste? So Moment Äh, billig, billig Ich hab ja keine Armschienen Das geht aber nicht Das geht aber gar nicht Ich mach mir jetzt welche Ja Das hab ich auch gerade vor Äh, Armschienen Vitalität brauch ich nicht, ne? Mhm, ist halt hier HP, also ist maximales Leben Und Intelligenz willst du haben? Ich hab schon Mit Intelligenz Mhm Geschicklichkeit ist genau das Richtige Und mehr Erfahrung Das ist gut Mhm Kann ich eigentlich so hier Eherstellte Sachen direkt wieder entzaubern Ja Nee sogar Sehr schön So, jetzt können wir wieder abhauen Okay Wieder Krieg machen, Junge Action Krieg, 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 Krieg Wow, wow, wow Jetzt können wir den nächsten Scheiß hier aufsammeln So Kann ich der Portal endlos oft machen, oder wie? Ja Ziemlich schwul Ich hab ein Schwert gefunden Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Nein, Diablo 2 war ziemlich schwul Mhm, weil da hast du keine Cast-Time gehabt aufs Portal Möse der Tod euch Frieden schenken, Leo Und da bist du ja im Bosskampf Ja, da bist du ja im Bosskampf irgendwann hin und her gependelt Zwischen Stadt und Bosskampf Weil Tränke kaufen und so Weiß ich nicht mehr Die hatten ja auch keinen Coole Und du konntest ja auch so schlucken Mhm, genau Weiß ich noch Also wie bei Diablo 1 Äh, weiter Ich dachte jetzt, du sollst mal was töten hier Ja, gleich, das war jetzt nur Vorschau quasi Vortöten Hier ist der Lichtging Also, noch nicht ganz Warte doch mal Da ist er doch Die Säule muss kaputt machen Mhm Hast du verstanden? Ja, ne? Ja, ne? Gewitter, Junge Ja, wunderbar Ja, dann mal los Hier Jetzt Was ist denn da los? Hab ich gefunden Geht aber nicht Doch Okay Sehr wohl Sehr wohl Voll wie, oh wie, ja Jetzt komm ich den falsche Weg Nein, das ist der richtige Krieger Uh Uh Uh, ein Dildo Ja, krieg ihn an Ja, ich bin dabei Da, Buch 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 Ich bin soeben in Tristram eingetroffen Und ich muss sagen, dass ich ein wenig bestürzt werde Jetzt bin ich verwirrt Wieso? Ja, Doppeltür Hier lang Was? Ah Ja, annehmen Nicht ablehnen Annehmen Hab ich doch Oh, ein Video Ihr werdet Menschen ehmals versieden Ah, die Fresse kriegst gleich hard aufs Maul geschwucht Äh, richtig hard So, rechts rum Schaffe ich Äh, falsch Ne, hier Töten, dann geht's weiter Mach ich Alles kaputt gemacht Sehr gut Dann mal auf zum Lichtking Ja, musst du erst aktivieren Warum? Der schläft doch, siehste doch Erst looten oder was? Ja, erst looten, dann töten Erst looten, dann töten Entspann dich mal da oben, du Schwuch Du kannst ja gar nix sagen Der kann echt nix Du bist hässlich Danke Nein, der Leech Ja, den darfst nur nicht zu nah kommen, wenn er sein Wehbewind macht Ansonsten kann er nichts Ich habe meine Hunde kaputt gemacht Der Wichser Iiiiih, was macht der? Der nimmt dich von hinten Warum nimmt der eigentlich mich die ganze Zeit? Weil ich ihn aktiviert habe, oder was? Ähm, ne, weil du Aqua hast, ganz einfach Warum? Ja, weil du mehr Aqua erzeugst Weil ich besser bin als du Vielleicht Vielleicht Ich bin auch schon alt Jetzt ist der geil auf mich Na, aus früh Böse Mach die alle platt, Mann Wir haben überhaupt keine Chance gegen mich Au Jetzt mach ihn down Scheiß auf Ads Einfach down machen Fucked up Yeah bitch Level up Iiiiih Was ist los? Ist geplatzt Ich hab was gewonnen Was denn? Muss ich mal... Erfahrung, oder was? Ja, das auch Ihr macht einen akrobatischen Sprung über 35 Meter Hab ich gewonnen Und ich hab gewonnen Rauchwolk hatte ich schon, das ist bestimmt schwul Oh, cool Ich hab auch was gewonnen Ist das so Ich hab Seelenernte Was erntest du? Ah Zehrt der Lebenskraft, Gegnern 16 Metern, Hund Okay, mhm Versteh ich nicht Ich auch nicht Ist scheiße So So, hab gewonnen Was kann das? Werft ein Gefäß mit 4 Spinnen, die bla 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 Beschwört Sprungschne Bäh 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 Jetzt Nightmare, oder was? Ja, fast. Nein. Aber bitte nur in Hardcore-Modus. Das ist ein Mann. Das ist ein ziemlich berühmter Mann. Aber ich möchte ja nicht spoilern. Auf zu spoilern. Deswegen sage ich schon nur, es ist ein berühmter Mann. Das ist Bill Gates. Ja, fast. Quasi der Bill Gates ist aus Diablo, ja? Aus Diablo-Modus. Ja, doch, wenn du dich später siehst, dann kann ich dich daran erinnern. Die kennst du bestimmt auch, ja. Aber dauert noch eine Ewigkeit, bis man herausfindet, das vorausfindet wird für wer und wo und. Das Diablo. Nein. Mist. Hätte sein können. Diablo ist kein Neger. Trotz, die noch gelöst werden wollen, erfahre ich jetzt, dass der gefallene Stern ein Mann ist. Er hat nur wenige Erinnerungen an sich selbst. Ich werde ihn zu Deckard Cain begleiten. Bei ihm wird er Antworten finden. King Cain, oder was? Und ich habe ja gesagt, er ist, äh, er ist, oder du hast gesagt, er ist ja der Bill Gates aus dem Diablo-Universum. Wenn er Diablo wäre, dann wäre er Steve Jobs. Verstehe ich nicht. Meinst du, der steht auch auf, oder was? Äh... Ist richtig. Weg. Ne, warte mal, warte mal, was ist denn hier mit so Sachen mit Fragezeichen? Muss ich die identifizieren lassen, erst? Ne, einfach draufklicken. Wie, was ist denn für Scheiß? Alter, wie low ist das denn? Wieso ist das low? Ist genauso wie vorher auch. Nein. Ja, da hast du nur eine Rolle gebraucht. Ja, eben. Ja, super. Das ist alles vergeulte Zeit. Hm. Die Hose finde ich gut, die ziehe ich an. Ich habe einen Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Herstellen. Alles kacke. Ne, das ist gar nicht mal so kacke.